Feindbild Rente mit 63. Arbeitgeberpräsident Dulger fordert schon wieder die Abschaffung der Rente mit 63. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Also so ganz langsam kann ich diesen ganzen Irrsinn um die Rente mit 63 nicht mehr hören. Jetzt stellt sich der Dulger Arbeitgeberpräsident schon wieder hin und fordert die Rente, fordert die Abschaffung der Rente mit 63. Und zwar im Zusammenhang mit den angekündigten Reformvorschlägen des Hubertus Heil. Da geht es darum, dass die Selbstständigen sozusagen in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden und hier eine entsprechende Pflichtversicherung entstehen soll. Und in diesem Atemzug brüllt der Dulger schon seit Monaten herum und gibt es zum Besten, dass die Rente mit 63 abgeschafft werden müsse, denn sie habe ja dafür dazu geführt, dass in den Betrieben, dass die Betriebe sozusagen ausbluten. Rente mit 63 meint hier die Altersrente für besonders lange. Ja, ich versicherte so, vermute ich es. Das ist die Rente mit den 45 Jahren Wartezeit. Ja, lieber Herr Däuber, das ist ja schön und gut, dass Sie die Abschaffung der Rente mit 63 fordern und dass Sie auch noch die Anhebung der Regelaltersrente vom 67. Lebensjahr auf das 70. fordern. Aber Sie selber wissen doch ganz genau, dass das mit Verlaub gesagt alles nicht ganz stimmt, was Sie da sagen. Wen wollen Sie denn Ihren Arbeitnehmern oder Ihren, wem wollen Sie denn hier in Deutschland erklären, der auf dem Bau arbeiten geht, der im Krankenhaus arbeiten geht, der vielleicht auch in der Metallfirma arbeiten geht als Schweißer, dass der mit 70 arbeiten soll. Und ganz ehrlich, Herr Däuber, Sie müssen sich bitte mal immer an die eigene Nase fassen. Sie selber und Ihre Mitgliedsbetriebe, schauen Sie bitte einfach mal in Ihre Arbeitsverträge und Ihre Tarifverträge rein. Sind vielleicht auch selbst schuld, dass es so weit gekommen ist. Vielleicht wollten die Leute ja gar nicht mit 63 aufhören mit Arbeiten, sondern vielleicht nur die Rente beziehen und weiterarbeiten. Aber Ihre Tarifbedingungen lassen das möglicherweise gar nicht zu. Das erleben wir sehr häufig hier in der Kanzlei, dass die Menschen kommen und sagen, oh, es steht ja in meinem Tarifvertrag drin, wenn ich eine vorgezogene Altersrente beziehe, dann muss ich aufhören mit Arbeiten. Ja, Herr Däuber, in welchem Jahrhundert leben wir denn eigentlich? Das ist dann wiederum auch Aufgabe der Politik, meine Kritik auch an die Herrschaften in Berlin, hier endlich mal eine klare Regelung zu treffen, dass solche Klauseln per se unwirksam sind. Denn lassen Sie doch die Leute wirklich flexibel weiterarbeiten und einen Rentenbezug haben, Herr Däuber. Dann ist doch Ihnen vielleicht auch geholfen. Aber einfach hier immer wieder drauf rumzutraschen, die Rente mit 63 abzuschaffen, das halte ich gelinde gesagt für einen absoluten Witz und nützt uns gar nichts. Herr Däuber, was Sie nämlich verschweigen ist, und da haben Sie möglicherweise richtig dolle Angst davor, ist, dass unsere gesetzliche Rente möglicherweise nur noch zu retten ist mit einer umfassenden Reform hin zu einer erwerbstätigen Versicherung, wo alle einzahlen müssen, auch Sie und ich, lieber Herr Däuber. Und das ist nämlich genau das Problem und darüber reden Sie nämlich nicht, weil Sie nämlich davor richtig Angst haben, dass sowas kommen könnte. Und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung möchte und wünscht eine erwerbstätigen Versicherung. Nur unsere lieben Politiker in Berlin, vorn an, die SPD, will das offensichtlich nicht, auch wenn es im Wahlkampf, also wenn es auch im Wahlkampf tragendes Thema der SPD war. Sie konnten sich damit in den Koalitionsverhandlungen leider nicht durchsetzen, zum wiederholten Male schon. Meine Damen und Herren, Herr Däuber, lassen Sie die Hände weg von der Rente mit 63, das geht Sie überhaupt nichts an. Kümmern Sie sich um die Belange Ihrer Arbeit, Ihrer Mitgliedsbetriebe. Aber die Rente mit 63, das wissen Sie auch, schafft sich de facto mit dem Geburtsjahrgang nach dem 31.12.1963 von selbst ab. Dann ist der Rentenbeginn bei einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit Geburtsjahrgang 1.1.1964 wieder Vollendung, 65. Lebensjahr. Aber solange wahrscheinlich diese Geburtsjahrgänge noch nicht in Rente gegangen sind, solange werden wir uns wahrscheinlich mit dem Dulger herumärgern müssen. Ich hoffe, dass das endlich mal aufhört. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.